Ja, hallo. Wir müssen uns erstmal sagen. Also, ja. Da es jetzt unentschieden war, müssen wir nochmal eine Scheiß-Challenge machen. Also, wollen wir uns entschieden machen. Ba-Rewind. Ba-Rewind. Das ist das da. Okay, das ist Spaß. Ja, Ba-Rewinds. Wir haben ja Ba-Rewinds. Ja, und der will wieder Schnickschnack-Schnupp machen. Richtig unnötig. Ja. Leute, was findet ihr? Halt's Maul! Nein! Ist doch einfach richtig unnötig. Ich muss dir davor anfangen. Dann ist doch normal, dass er dann anfangen muss. Warum ist überhaupt Kinderschmuck auf dem Boden? Wir müssen wissen, wie viele du da mitziehen kannst. Ich bin jetzt... Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha. Fick-tall. Ja, okay. Ach. 43. Das heißt, bis eine Minute 30 werden. Digger, noch 13 Sekunden. Ich hab nicht mehr mitgezählt. Komm, noch einer geht. Da kommt s ganze Dorf. 9, 10, 3, 2, 1, 8! Es ist erst die U. Wir machen. Ich bin der Gewinner, wenn meine Baurian zum Kicklitz heißlich waren. Ich hab halt taktisch gemacht, ich hab halt weiter unten gemacht, dann halt die schneller wieder machen können. Dann hab ich gewonnen, weil ich einfach die King of Ribbon, S-S-O, Spaß. Ja, ich geh jetzt gleich mit Taser, bin jetzt gleich mit Kevins am Handy einkaufen und dann kaufen wir dem was richtig leckeres ein. Ich bin dabei, ich bin Assistent, ich bin ein wahrer Verlierer, ich bin Assistent. Ja okay, jetzt mach mal aus, jetzt kaufen wir was. So, ein bisschen jetzt im Laden drin, jetzt überlege ich grad was wir für ein Lecker mit dem Gavin kaufen. Ich will das hier holen, Jungs, Leberwurst, was da drin ist, warte mal, da ist drin, ja okay, Fleisch, Sachen halt. Jungs, holen wir gleich sowas, holen wir gleich den da. Bist du witzig? Bist du witzig? So ein Rinderspann, hier, das sieht lecker aus. Nein, das ist dann gekommen. Digga, ich decke das hier. Digga, es gibt Katzenmilch. Es gibt Jung, Jung. Das ist doch zu lecker, alle. Der sieht aus, der sieht aus wie Corwin. Halt die Fresse. Es gibt Katzenmilch als Tetrapack, ich glaub, das hol ich mir jetzt nix mehr. Das ist der neue Shit, alle, Katzenmilch als Tetrapack. Schleichwerbung. Ich will das denn nehmen, oder Jungs? Ja, hol bitte die Leberwurst. Schnickt. Ja, hol den. Hol Besteck und Serviette noch. Besteck und Serviette. Bis gleich, bis gleich, wenn wir am Park sind. Ich mach halt an. Hey, Stop. Ich hab hier das festmacht. Halt's mal. So. Ich hab mich für'n Kevin ja alles gekauft. So. Ja, komm her, komm mal mit. Sehr froh. Komm her. Komm her. Komm her. So, also erstmal, hab ich hier eine Gabe für dich. Hey, du musst ihn doch füttern. So, ja, komm her. Und dann hab ich für dich noch ... Diga, du bist so eine Missgeburt. Diga, weil du ja vorher im Video gesagt hast, Hundefutter ist nicht schlimm, nein, nein. Habe ich dir das gesagt? Hast du vor dem Video gesagt? Du hast gesagt, ja das kann man schon essen, aber ich muss... Dann würde ich jetzt mal für dich aufmachen, wir haben uns selber noch reingeguckt. Alter! Komm hier! Lass meinen Schatten gehen! Lass meinen Schatten gehen! Was? Dein Teller... Aber runterschlucken gehen! Niemand! Seid mal durch! Schnauze! Digga, ich schwör's dir, ich werd safe kotzen! Digga, hier sieht man gar nicht! Piss doch mal! Ich werd safe kotzen, ich schwör's dir! Wenn wir sagen... Auf Freidachst du essen, oder? 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 Seid froh, ich wollt Hundefacette kaufen, ich werd schwör geworden. Wir wollten erst... Wir wollten erst Leberwurst kaufen! Also auf Freidachst du essen! Auf Freidachst du essen, eins! Digga, das kann man da nicht mal reinstecken! Oh! Junge! Du bist halt hochgeflogen! Ich bin da nicht mehr raus, Alter! In die Kamera halten! Ey, man sieht gar nicht, wegen der Sonne! Geh mal weg mit dem Schick! Richtig, richtig krass! Richtig, richtig krass! Also... Bro, du weißt ja... Du warst bei einer Kuda... Ich könnte nachher nicht mehr fahren. Let's eat, Digga, let's eat komplett! Komm mal in Schatten! Komm mal in Schatten! Komm mal in Schatten! Man sieht es nicht! Wir wünschen dich alles! Ciao Leben! Das ist mir sowas von scheißegal, aber ich werd noch mal eine Challenge mit ihm machen. Dann ficken wir den! Nein! Richtig! Nein! Doch, Digga! Glaub mir! Der wird geschlagen! Ab 100 Likes machen wir noch mal eine Challenge! 150! 150 wegen dem Essen kochen! 150 wegen dem Essen kochen! Aber einmal musst du kochen, einmal kochen! Ja, 100 schlucken! Ich muss schlucken, ey! Schlucken, schlucken, schlucken! Schlucken, schlucken, schlucken! Schlucken, schlucken, schlucken! Aber ich würd sagen, ey, du darfst ganz wenig nehmen, außer zum schlucken! Nein, du musst jetzt was machen... Du musst die Hälfte nehmen und dann schlucken! Und das kannst du einfach kochen! Ey, das Flugzeug kommt ganz auf den Mund! Ja, wir werden vielleicht kotzen, gleich komm! Tschuu, tschuuu! Komm her! Komm mal her, du Spaß! Alles klar! Herr Keiler, wie war das Essen? Wie war das Essen? Ja, rechnen Sie mir! Es ging schon, aber ich weiß nicht! Komm doch! Es ist eglich, Mann, Alter! Es geht gar nicht mehr! Soll ich noch mal probieren? Ich muss herkommen! Was? Der geht noch raus hier! Ihr müsst euch vorstellen! Überlegt mal, Jungs! Der Junge hier, bis jeden Tag zum Frühstück! Willst du noch mal essen? Ja, komm, Digga! Aber es ist so abweist! Komm, probieren! Für meine Community! Nein, du musst richtig so fett dran lecken! Und ich? Weiß was ich esse? Also, willkommen! Aua! Hört doch auf! Hört doch auf! Bist du bescheuert? Komm! Ich hör! Für Anakuda! Für Anakuda! Ich finde doch mal richtig! Ich finde doch mal richtig Spaß! Ich bin Filmer, Alter! Du musst alles! Junge! Uns alle! Boah! Ich kenne mir jetzt erstmal Spinat-Ding da hin! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Okay, Jungs! Ich würde ein bisschen drauf rumkommen! Hübsch! Bisschen wie auf dem Schwanz! Ey, mach mal deine Flasche schon mal auf! Das ist meine Flasche! Die hat dann holt von mir das Apfelstück! Die steht da oben, Alter! Hol den Hut in Eis hier von Korven! Okay, hol schon! Gut, Jungs! Wenn ihr gerade auch am Essen seid, ich wünsche euch viel Spaß! Das ist das ekligste Zeug auf der ganzen Erde, Alter! Jetzt bist du in Gurgeln, oder? Ja! Kann ich voll haben! Hast du was zum... Hast du was, das ist leer? Das ist wirklich leer! Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Challenge! Die nächste wird auch bald kommen! Ja! Also, ich geh jetzt erstmal! Erstmal war es normal, ich sneaken hier! Folgt uns allen auf Instagram, also uns beiden auf jeden Fall! Ja, mir auch! Ich werde dich in der Videobeschreibung hineinfügen! Ja! Also, haut rein, Jungs! Ciao! Ade!